Quantenmechanik und Kant'sche Philosophie Mein neuer Leipziger Kreis erweiterte sich in jenen Jahren rasch. Hochbegabte junge Menschen aus den verschiedensten Ländern stießen zu uns, um an der Entwicklung der Quantenmechanik teilzunehmen oder sie auf die Struktur der Materie anzuwenden. Und diese aktiven, allem neuen aufgeschlossenen Physiker bereicherten unsere Diskussionen im Seminar und erweiterten fast von Monat zu Monat den Raum, der durch die neuen Gedanken erschlossen werden konnte. Der Schweizer Felix Bloch begründete das Verständnis der elektrischen Eigenschaften der Metalle. Landau aus Russland und Piels diskutierten über die mathematischen Probleme der Quantenelektrodynamik. Friedrich Hund entwickelte die Theorie der chemischen Bindung. Edward Teller berechnete optische Eigenschaften von Molekülen. Im Alter von knapp 18 Jahren trat Karl Friedrich von Weizsäcker dieser Gruppe bei und brachte eine philosophische Note in ihre Gespräche. Obwohl er Physik studierte, war deutlich zu spüren, dass er immer dann, wenn durch unsere physikalischen Probleme im Seminar Fragen der Philosophie oder der Erkenntnistheorie aufgeworfen wurden, besonders aufmerksam und gespannt zuhörte und unter starker innerer Beteiligung mitdiskutierte. Eine besondere Gelegenheit zu philosophischen Gesprächen ergab sich dann ein oder zwei Jahre später, als eine junge Philosophin, Greta Herrmann, nach Leipzig kam, um sich mit den Atomphysikern über deren philosophische Behauptungen auseinanderzusetzen. Behauptungen, von deren Unrichtigkeit sie zunächst fest überzeugt war. Greta Herrmann hatte im Kreis um den Göttinger Philosophen Nelson studiert und mitgearbeitet, und sie war dort in den Gedankengängen der Kantschen Philosophie aufgewachsen, so wie sie von dem Philosophen und Naturforscher Fries am Anfang des 19. Jahrhunderts interpretiert worden war. Es gehörte zu den Forderungen der friessischen Schule und damit auch des Nelsonschen Kreises, dass philosophische Überlegungen den gleichen Grad von Strenge haben müssten, wie ihn sonst nur die moderne Mathematik verlangt. Mit diesem Grad von Strenge glaubte nun Greta Herrmann nachweisen zu können, dass an dem Kausalgesetz in der Form, die ihm Kant gegeben hat, nicht gerüttelt werden könne. Die neue Quantenmechanik aber stellt diese Form des Kausalgesetzes doch in gewisser Weise in Frage, und die junge Philosophin war entschlossen, diesen Kampf bis zum Ende auszufechten. Unser erstes Gespräch, in dem sie mit Karl Friedrich von Weizsäcker und mir diskutierte, könnte sie etwa mit folgender Überlegung begonnen haben. In der Philosophie Kants ist das Kausalgesetz doch nicht eine empirische Behauptung, die durch die Erfahrung begründet oder auch widerlegt werden könnte, sondern es ist umgekehrt die Voraussetzung für alle Erfahrung. Es gehört zu jenen Denkkategorien, die Kant a priori nennt. Die Sinneseindrücke, mit denen wir die Welt aufnehmen, wären ja nichts als ein subjektives Spiel von Empfindungen, denen kein Objekt entspräche, wenn es nicht eine Regel gäbe, nach der die Eindrücke aus einem vorhergehenden Vorgang folgen. Diese Regel, nämlich die eindeutige Verknüpfung von Ursache und Wirkung, muss also schon vorausgesetzt werden, wenn man die Wahrnehmungen objektivieren will, wenn man behaupten will, dass man etwas, ein Ding oder einen Vorgang erfahren habe. Die Naturwissenschaft andererseits handelt von Erfahrungen, und zwar gerade von objektiven Erfahrungen. Nur solche Erfahrungen, die auch von anderen kontrolliert werden können, die in diesem präzisen Sinne objektiv sind, können den Gegenstand der Naturwissenschaft bilden. Daraus folgt doch zwangsläufig, dass alle Naturwissenschaft das Kausalgesetz voraussetzen muss, dass es nur soweit Naturwissenschaft geben kann, wie es auch Kausalgesetz gibt. Das Kausalgesetz ist also gewissermaßen ein Werkzeug unseres Denkens, mit dem wir versuchen, das Rohmaterial unserer Sinneseindrücke zur Erfahrung zu verarbeiten. Und nur in dem Umfang, in dem dies gelingt, besitzen wir auch einen Gegenstand für die Naturwissenschaft. Wie kann es also sein, dass die Quantenmechanik dieses Kausalgesetz auflockern will, und doch gleichzeitig Naturwissenschaft bleiben möchte? Ich musste nun versuchen, zunächst die Erfahrungen zu schildern, die zur statistischen Deutung der Quantentheorie geführt hatten. Nehmen wir an, wir hätten es mit einem einzelnen Atom der Sorte Radium B zu tun. Es ist zwar sicher leichter, mit vielen solchen Atomen auf einmal, das heißt mit einer kleinen Menge Radium B, zu experimentieren als mit einem einzelnen Atom, aber prinzipiell gibt es wohl kein Hindernis, auch das Verhalten eines einzelnen solchen Atoms zu untersuchen. Dann wissen wir also, über kurz oder lang wird das Radium B-Atom in irgendeiner Richtung ein Elektron aussenden und damit in ein Radium C-Atom übergehen. Im Mittel wird dies nach einer knappen halben Stunde geschehen, aber das Atom kann sich ebenso gut schon nach Sekunden oder erst nach Tagen umwandeln. Im Mittel heißt dabei, wenn wir es mit vielen Radium B-Atomen zu tun haben, dann wird nach einer halben Stunde ungefähr die Hälfte umgewandelt sein. Aber wir können, und darin äußert sich eben ein gewisses Versagen des Kausalgesetzes, beim einzelnen Radium B-Atom keine Ursache dafür angeben, dass es gerade jetzt und nicht früher oder später zerfällt, dass es gerade in dieser Richtung und nicht in einer anderen das Elektron aussendet. Und wir sind aus vielen Gründen überzeugt, dass es auch keine solche Ursache gibt. Eben an dieser Stelle, entgegnete Grete Herrmann, könnte doch der Fehler der heutigen Atomphysik liegen. Aus der Tatsache, dass man für ein bestimmtes Ereignis noch keine Ursache gefunden hat, kann doch unmöglich gefolgert werden, dass es auch keine Ursache gibt. Ich würde daraus nur schließen, dass hier noch eine ungelöste Aufgabe vorliegt, das heißt, dass die Atomphysiker weitersuchen sollen, bis sie die Ursache gefunden haben. Die Kenntnis, die sie vom Zustand des Radium B-Atoms vor der Aussendung des Elektrons haben, ist bisher offenbar unvollständig, denn sonst müsste man ja bestimmen können, wann und in welcher Richtung das Elektron ausgesandt werden soll. Man muss also weitersuchen, bis man eine vollständige Kenntnis erworben hat. Nein, wir halten diese Kenntnis für vollständig, versuchte ich weiter zu erklären, denn aus anderen Experimenten, die wir auch mit diesem Radium B-Atom anstellen könnten, geht hervor, dass es keine weiteren Bestimmungsstücke dieses Atoms geben kann, als jene, die wir schon kennen. Ich will das genauer auseinandersetzen. Wir haben eben festgestellt, dass man nicht weiß, in welcher Richtung das Elektron ausgesandt werden wird, und sie haben geantwortet, also müsste man weiter nach Bestimmungsstücken suchen, die diese Richtung determinieren. Aber nehmen wir weiter an, wir hätten solche Bestimmungsstücke gefunden, so geraten wir in folgende Schwierigkeit. Das Auszusenden der Elektron kann ja auch als eine Materiewelle aufgefasst werden, die vom Atomkern ausgestrahlt wird. Eine solche Welle kann Interferenzerscheinungen auslösen. Nehmen wir ferner an, dass die Teile der Welle, die zunächst vom Atomkern in entgegengesetzten Richtungen ausgesandt werden, in einer dazu eingerichteten Apparatur zur Interferenz gebracht werden, das als Folge des Apparates danach in einer bestimmten Richtung Auslöschung eintritt. Das würde bedeuten, dass mit Sicherheit vorhergesagt werden kann, dass das Elektron schließlich nicht in dieser Richtung ausgesandt werden wird. Wenn wir aber neue Bestimmungsstücke kennengelernt hätten, aus denen hervorgänge, dass das Elektron zunächst vom Atomkern in einer ganz bestimmten Richtung ausgesandt werden wird, so würde die Interferenzerscheinung ja gar nicht zustande kommen können. Die Auslöschung durch Interferenz würde nicht eintreten und der vorher gezogene Schluss könnte nicht aufrechterhalten werden. Tatsächlich aber wird die Auslöschung experimentell beobachtet werden. Die Natur teilt uns also mit, dass es die umstrittenen Bestimmungsstücke gar nicht gibt, dass unsere Kenntnis schon ohne neue Bestimmungsstücke vollständig ist. Aber das ist ja fürchterlich, meinte Greta Herrmann. Auf der einen Seite sagen Sie, unsere Kenntnis des Radium-B-Atoms sei unvollständig, denn wir wissen nicht, wann und in welcher Richtung das Elektron ausgesandt werden wird. Auf der anderen Seite sagen Sie, die Kenntnis sei vollständig, denn wenn es noch weitere Bestimmungsstücke gäbe, würden wir in Widerspruch zu gewissen anderen Experimenten geraten, aber unsere Kenntnis kann doch nicht gleichzeitig vollständig und unvollständig sein. Das ist doch einfach Unsinn. Karl Friedrich fing nun an, die Voraussetzungen der Kant'schen Philosophie etwas genauer zu analysieren. Der scheinbare Widerspruch, sagte er, der hier vorliegt, kommt wohl dadurch zustande, dass wir in dem, was wir sagen, so tun, als ob man von einem Radium-B-Atom an sich sprechen könnte. Das ist aber nicht selbstverständlich und eigentlich auch nicht richtig. Schon bei Kant ist das Ding an sich ja ein problematischer Begriff. Kant weiß, dass man vom Ding an sich nichts aussagen kann. Gegeben sind uns nur Objekte der Wahrnehmung. Aber Kant nimmt an, dass man diese Objekte der Wahrnehmung sozusagen nach dem Modell eines Dinges an sich verknüpfen oder ordnen kann. Er setzt also eigentlich jene Struktur der Erfahrung als a priori gegeben voraus, an die wir uns im täglichen Leben gewöhnt haben und die in präziser Form die Grundlage der klassischen Physik bildet. Die Welt besteht nach dieser Auffassung aus Dingen im Raum, die sich in der Zeit verändern, aus Vorgängen, die aufeinander nach einer Regel folgen. Aber in der Atomphysik haben wir gelernt, dass sich die Wahrnehmungen nicht mehr nach dem Modell des Dinges an sich verknüpfen oder ordnen lassen. Daher gibt es auch kein Radium-B-Atom an sich. Greta Herrmann unterbrach ihn. Die Art, wie sie den Begriff Ding an sich benutzen, scheint mir nicht genau dem Geist der kant'schen Philosophie zu entsprechen. Sie müssen deutlich unterscheiden zwischen dem Ding an sich und dem physikalischen Gegenstand. Das Ding an sich tritt nach Kant in der Erscheinung überhaupt nicht auf, auch nicht indirekt. Dieser Begriff hat in der Naturwissenschaft und in der ganzen theoretischen Philosophie nur die Funktion, dasjenige zu bezeichnen, worüber man schlechterdings nichts wissen kann. Denn unser ganzes Wissen ist auf Erfahrung angewiesen und Erfahrung bedeutet gerade, Dinge so zu sehen, wie sie uns erscheinen. Auch die Erkenntnis a priori geht nicht auf Dinge, wie sie an sich sein mögen, denn ihre einzige Funktion ist, Erfahrung möglich zu machen. Wenn Sie im Sinne der klassischen Physik vom Radium-B-Atom an sich sprechen, so meinen Sie damit eher das, was Kant einen Gegenstand oder ein Objekt nennt. Objekte sind Teile der Welt der Erscheinung, Stühle und Tische, Sterne und Atome. Auch wenn man sie gar nicht sieht, wie zum Beispiel die Atome? Auch dann, denn wir erschließen sie aus der Erscheinung. Die Welt der Erscheinung ist ein zusammenhängendes Gefüge und es ist ohnehin, selbst in der alltäglichen Wahrnehmung, nicht möglich, scharf zwischen dem zu unterscheiden, was man unmittelbar sieht, und dem, was man nur erschließt. Sie sehen diesen Stuhl. Seine Rückseite sehen Sie jetzt gerade nicht, aber Sie nehmen sie doch mit derselben Sicherheit an, wie die Vorderseite, die Sie sehen. Das heißt eben, dass die Naturwissenschaft objektiv ist. Sie ist objektiv, weil sie nicht von Meinungen, sondern von Objekten redet. Aber vom Atom sehen wir weder die Vorder- noch die Rückseite. Darum soll es dieselben Eigenschaften haben wie Stühle und Tische? Weil es ein Objekt ist. Ohne Objekte keine objektive Wissenschaft. Und was Objekte sind, ist durch die Kategorien Substanz, Kausalität und so weiter bestimmt. Wenn Sie auf die strenge Anwendung dieser Kategorien verzichten, so verzichten Sie auf die Möglichkeit von Erfahrung überhaupt. Aber Karl Friedrich wollte nicht lockerlassen. Es handelt sich in der Quantentheorie um eine neue Art, die Wahrnehmungen zu objektivieren, auf die Kant noch nicht hat verfallen können. Jede Wahrnehmung bezieht sich auf eine Beobachtungssituation, die angegeben werden muss, wenn aus Wahrnehmung auch Erfahrung folgen soll. Das Ergebnis der Wahrnehmung lässt sich nicht mehr in der gleichen Weise objektivieren, wie das in der klassischen Physik möglich war. Wenn ein Experiment gemacht worden ist, aus dem geschlossen werden kann, dass hier und jetzt ein Radium-B-Atom vorhanden sei, so ist die damit erworbene Kenntnis vollständig für diese Beobachtungssituation. Aber für eine andere Beobachtungssituation, die etwa Aussagen über ein ausgesendetes Elektron zulässt, ist sie nicht mehr vollständig. Wenn zwei verschiedene Beobachtungssituationen in dem Verhältnis zueinander stehen, das von Bohr komplementär genannt worden ist, so bedeutet eine vollständige Kenntnis für eine Beobachtungssituation zugleich eine unvollständige Kenntnis für die andere. Und damit wollen Sie die ganze Kantsche Analyse der Erfahrung zerstören? Nein, das wäre meiner Ansicht nach gar nicht möglich. Kant hat ja sehr genau beobachtet, wie Erfahrung wirklich gewonnen wird, und ich glaube, dass seine Analyse im Wesentlichen richtig war. Aber wenn Kant die Anschauungsformen Raum und Zeit und die Kategorie Kausalität als a priori zur Erfahrung bezeichnet, so begibt er sich damit in die Gefahr, sie gleichzeitig absolut zu setzen. Und so behaupten, dass sie auch inhaltlich in beliebigen physikalischen Theorien der Erscheinungen in gleicher Form auftreten müssten. Dies ist aber nicht der Fall, wie durch Relativitätstheorie und Quantentheorie erwiesen wird. Trotzdem hat Kant in einer Weise vollständig Recht. Die Experimente, die der Physiker anstellt, müssen zunächst immer in der Sprache der klassischen Physik beschrieben werden, da es anders gar nicht möglich wäre, dem anderen Physiker mitzuteilen, was gemessen worden ist. Und erst dadurch wird der andere in die Lage versetzt, die Ergebnisse zu kontrollieren. Das Kant'sche a priori wird also in der modernen Physik keineswegs beseitigt, aber es wird in einer gewissen Weise relativiert. Die Begriffe der klassischen Physik, das heißt oft die Begriffe Raum, Zeit, Kausalität, sind in dem Sinn a priori zur Relativitätstheorie und Quantentheorie, als sie bei der Beschreibung der Experimente verwendet werden müssen, oder sagen wir vorsichtiger, tatsächlich verwendet werden. Aber inhaltlich werden sie in diesen neuen Theorien doch modifiziert. Mit alledem habe ich doch noch keine ganz klare Antwort auf meine Anfangsfrage erhalten, sagte Grete Herrmann. Ich wollte doch wissen, warum wir dort, wo wir noch keine Ursachen gefunden haben, die zur Vorausberechnung eines Ereignisses, zum Beispiel des Aussendens eines Elektrons, genügen, nicht weitersuchen sollen. Sie wollen dieses Suchen ja auch nicht einfach verbieten. Aber sie sagen, dieses Suchen kann zu nichts führen, da es keine weiteren Bestimmungsstücke geben kann. Denn gerade die mathematisch präzis formulierbare Unbestimmtheit gibt für eine andere Versuchsanordnung zu bestimmten Voraussagen Anlass. Und auch dies wird von den Experimenten bestätigt. Wenn man so redet, so erscheint die Unbestimmtheit gewissermaßen als eine physikalische Realität. Sie hält einen objektiven Charakter, während doch gewöhnlich Unbestimmtheit einfach als Unkenntnis interpretiert wird und insofern etwas rein Subjektives ist. Hier versuchte ich wieder in das Gespräch einzugreifen und sagte, damit haben Sie genau den charakteristischen Zug der heutigen Quantentheorie beschrieben. Wenn wir aus den atomaren Erscheinungen auf Gesetzmäßigkeiten schließen wollen, so stellt sich heraus, dass wir nicht mehr objektive Vorgänge in Raum und Zeit gesetzmäßig verknüpfen können, sondern, um einen vorsichtigen Ausdruck zu gebrauchen, Beobachtungssituationen. Für diese erhalten wir empirische Gesetzmäßigkeiten. Die mathematischen Symbole, mit denen wir solche Beobachtungssituationen beschreiben, stellen eher das Mögliche als das Faktische dar. Vielleicht könnte man sagen, Sie stellen ein Zwischending zwischen Möglichem und Faktischem dar, das objektiv höchstens im gleichen Sinne genannt werden kann, wie etwa die Temperatur in der statistischen Wärmelehre. Diese bestimmte Erkenntnis des Möglichen lässt zwar einige sichere und scharfe Prognosen zu, in der Regel aber erlaubt sie nur Schlüsse auf die Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Ereignisses. Kant konnte nicht voraussehen, dass in Erfahrungsbereichen, die weit jenseits der täglichen Erfahrung liegen, eine Ordnung des Wahrgenommenen nach dem Modell des Dings an sich oder, wenn Sie wollen, des Gegenstandes nicht mehr durchgeführt werden kann, dass also, um es auf eine einfache Formel zu bringen, Atome keine Dinge oder Gegenstände mehr sind. Aber was sind sie dann? Dafür wird es kaum einen sprachlichen Ausdruck geben können, denn unsere Sprache hat sich an den täglichen Erfahrungen gebildet und die Atome sind ja gerade nicht Gegenstände der täglichen Erfahrung. Aber wenn Sie mit Umschreibungen zufrieden sind, Sie sind Bestandteile von Beobachtungssituationen, Bestandteile, die für eine physikalische Analyse der Phänomene einen hohen Erklärungswert besitzen. Wenn wir schon über die Schwierigkeiten des sprachlichen Ausdrucks reden, warf hier Karl Friedrich ein, so besteht doch vielleicht die wichtigste Lehre, die man aus der modernen Physik ziehen kann, darin, dass alle Begriffe, mit denen wir Erfahrungen beschreiben, nur einen begrenzten Anwendungsbereich haben. Bei allen solchen Begriffen wie Ding, Objekt der Wahrnehmung, Zeitpunkt gleichzeitig Ausdehnung und so weiter, können wir experimentelle Situationen aufweisen, in denen wir mit diesen Begriffen in Schwierigkeiten geraten. Das bedeutet nicht, dass diese Begriffe nicht gleichwohl Voraussetzung aller Erfahrungen seien, aber es bedeutet, dass es sich um eine Voraussetzung handelt, die jeweils kritisch analysiert werden muss, aus der keine absoluten Forderungen hergeleitet werden können. Greta Herrmann war über diese Entwicklung unseres Gesprächs wohl sehr unglücklich. Sie hatte gehofft, mit den Denkwerkzeugen der kant'schen Philosophie die Ansprüche der Atomphysiker in aller Schärfe widerlegen zu können oder umgekehrt einzusehen, dass Kant an irgendeiner Stelle einen entscheidenden Denkfehler begangen hätte. Nun sah es beinahe aus wie ein farbloses Unentschieden, das ihren Wunsch nach Klarheit nicht voll befriedigte. Sie fragte also weiter, bedeutet diese Relativierung des Kant'schen a priori, ja der Sprache selbst, nicht einfach eine volle Resignation im Sinne des »Ich sehe, dass wir nichts wissen können«? Gibt es also nach ihrer Ansicht keinen Boden der Erkenntnis, auf dem man feststehen kann? Karl Friedrich antwortete nun sehr mutig, dass er gerade aus der Entwicklung der Naturwissenschaft die Berechtigung zu einer etwas optimistischen Auffassung nehme. Wenn wir sagen, dass Kant mit seinem A priori die Erkenntnissituation der damaligen Naturwissenschaft richtig analysiert habe, dass wir aber in der heutigen Atomphysik vor einer neuen Erkenntnissituation stünden, so hat diese Aussage vielleicht eine gewisse Verwandtschaft mit der anderen Aussage, dass die Hebelgesetze des Archimedes die richtige Formulierung der für die damalige Technik wichtigen praktischen Regeln enthielten, dass aber diese Gesetze für die heutige Technik, zum Beispiel für die Technik der Elektronen, nicht mehr ausreichen. Die Hebelgesetze des Archimedes enthalten echtes Wissen, nicht nur unbestimmtes Meinen. Sie werden zu allen Zeiten gelten, in denen von Hebeln die Rede ist, und wenn es auf den Planeten irgendwelcher weit entfernten Sternensysteme Hebel gibt, so müssen auch dort die Behauptungen des Archimedes richtig bleiben. Der zweite Teil der Aussage, dass die Menschen mit der Erweiterung ihres Wissens in Bereiche der Technik vorgedrungen seien, in denen der Begriff des Hebels nicht mehr ausreicht, bedeutet also eigentlich weder eine Relativierung noch eine Historisierung der Hebelgesetze. Er bedeutet nur, dass die Hebelgesetze in der geschichtlichen Entwicklung Teile eines umfassenderen Systems der Technik werden, dass ihnen später nicht mehr die zentrale Bedeutung zukommt, die sie am Anfang hatten. In ähnlicher Weise glaube ich, dass die Kant'sche Analyse der Erkenntnis, echtes Wissen, nicht nur unbestimmtes Meinen enthält, und dass sie überall dort richtig bleibt, wo lebendige Wesen, die reflektieren können, zu ihrer Umwelt in die Beziehung treten, die wir vom menschlichen Standpunkt aus Erfahrung genannt haben. Aber auch das Kant'sche a priori kann später aus seiner zentralen Stellung verdrängt und Teil einer sehr viel umfassenderen Analyse des Erkenntnisprozesses werden. Es wäre an dieser Stelle sicher falsch, naturwissenschaftliches oder philosophisches Wissen mit dem Satz, jede Zeit hat ihre eigene Wahrheit, aufweichen zu wollen, aber man muss sich doch gleichzeitig vor Augen halten, dass sich mit der historischen Entwicklung auch die Struktur des menschlichen Denkens verändert. Der Fortschritt der Wissenschaft vollzieht sich nicht nur dadurch, dass uns neue Tatsachen bekannt und verständlich werden, sondern auch dadurch, dass wir immer wieder neu lernen, was das Wort Verstehen bedeuten kann. Mit dieser Antwort, die ja teilweise von Bohr stammte, war Grete Herrmann wie uns schien einigermaßen zufrieden, und wir hatten das Gefühl, das Verhältnis der Kant'schen Philosophie zur modernen Naturwissenschaft besser verstanden zu haben.